Juni ist Pride Month und auch bei uns stehen Gleichberechtigung und Toleranz an erster Stelle. Passend zur Regenbogenflagge zeigen wir dir heute ein paar unserer Bewohner. Der orange Neonfahnenbarsch macht seinen Namen alle Ehre. Unsere gelben Hawaii-Doktorfische stechen einen direkt ins Auge, von den grünen Mambas lassen wir lieber die Finger. Auch der blaue Paletten-Doktorfisch kommt dir sicherlich bekannt vor. Und die Purpur-Fahnenbarsche begeistern mit ihrer lila Farbe. Da der Rotfeuerfisch nicht ganz so rot ist, haben wir dieses Herz für euch mit. Bei uns im Haus sind alle herzlich willkommen, ganz egal welche Herkunft, Kultur oder Sexualität.